heute mit einem kleinen video nämlich geht es um designs so richtig coole designs die ich vor euch erstellen könnte über eine gute plattform die sich pc nennt und da wollte ich auch noch fragen falls ihr bock habt irgendwie so coole designs dann schickt mir die mal auf solche bilder quasi die er halt haben möchte sagen wir sowas oder jetzt mal weiter hier wo ist das maus da unten ist die maus drauf haben wir das bild oder das oder das also das wohl ist nicht so toll oder solche sachen kann ich euch alle erstellen wenn ihr mal solche sonnen wenn wir sehen die holzungen wird das euch sind die seine stelle also schickt mir mal auf instagram facebook twitter egal was ihr wollt bilder halt die halt auch so haben wollen ich werde dir natürlich erstellen über diese plattform hier auf der ps4 ist auch wirklich einfach ja dann würde ich sagen lasst ein like abo da und vergisst nicht dass wenn ihr bock habt das ein cooles design zu haben wie hier schickt mir einfach die bilder und ciao